Herzlich willkommen zur Isovere Akademie. Mein Name ist Güven Kodas. Ich bin im Hause Isovere G&H, der Leiter des Seminarwesens. Das bedeutet, ich mache sehr viele Seminare. Zusammen mit einem ganz, ganz tollen Team bieten wir euch im Baustoffhandel, dem Planer und natürlich auch den Verarbeitern sehr, sehr viele Themen an, von Praxisseminaren bis zu entsprechenden Theorieseminaren, aber nicht nur Produkte, sondern auch zum Beispiel eine Schulung über die Energieeinsparverordnung. Also auch sehr viel Theorie, auch sehr, sehr viel bauphysikalisches Know-how, so dass ihr wirklich im entsprechenden Arbeitsalltag auf der Baustelle dann damit umgehen könnt. Dazu haben wir auch ein entspanntes Seminarprogramm aufgelegt, das ihr euch jederzeit auf der Homepage angucken könnt. Ich denke, da findet ihr auch das ein oder andere Seminar, das ihr vielleicht sucht. Unser neuestes Schulungswerkzeug, das wir euch an die Hand geben können, ist die Isocademy. Was ist die Isocademy? Nun, das soll für euch in Form von digitalen Schulungsclips sehr, sehr viele Begriffe näher bringen. Bauphysikalisches Zusammenhängen sozusagen näher entsprechend auch erklären. Natürlich auch den Einsatz der Produkte, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben oder den DIN-Vorgaben, wie man sie auf der Baustelle dann entsprechend anbringt, auch beibringen. Ganz wichtig ist einfach hier, dass ihr wirklich die entsprechende Sicherheit bekommt und wenn es geht natürlich auch keine Fehler macht, weil in der Regel ist es so, wenn man mal Fehler macht, die kommen einem wirklich in der Regel sehr, sehr teuer zu stehen. Also nutzt es, gibt es weiter, so dass wirklich alle auch vom Gleichen reden. Gerade zum Beispiel so Themen wie Schallschutz, da reden sehr viele über Schalldämmung, Schallschluckung, allen geläufig. Aber was wirklich dahinter steckt, was in der DIN auch dazu gesagt wird. Das findet ihr bei der ESA Academy. Das ist auch der Grund, warum wir das ins Leben gerufen haben. Wir möchten euch die bestmögliche Sicherheit bieten. Wir möchten euch aber auch ein Nachschlagewerk anbieten. Das bedeutet, ihr könnt jederzeit auf diese Begrifflichkeiten wieder eingehen, indem ihr euch die Filme in den einzelnen Bereichen anschaut, so dass ihr wirklich die größtmögliche Sicherheit bekommt. Nutzt es für euer Geschäft, für euren Baualltag. Ich hoffe, das bringt euch entsprechend was. Klar, ich habe mal das ein oder andere Mal einen Versprecher drin. Ich werde auch vielleicht mal einen Fehler haben, der sich irgendwie eingeschlichen hat oder vielleicht eine Falschauslegung unsererseits. Wenn das der Fall ist, bitte ich das zu entschuldigen. Wir erheben jetzt nicht irgendwie den Anspruch auf super Prozent Korrektheit. Also wir geben hier wirklich keine Gewährleistung oder Garantie. Aber nichtsdestotrotz geht es uns darum, dass wir euch wirklich Sachverhalte so einfach wie möglich beibringen und auch die Begrifflichkeiten so sattelfest bei euch sitzen, dass ihr wirklich mit allen auf Augenhöhe sprechen könnt. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg und los geht's.